Herzlich Willkommen in der Halber 85 beim exklusiven Koch-Event von Sanford City mit dem Thema Gourmet trifft Gesundheit. Auf einen schönen Abend. In der ersten Linie muss es Spaß machen und es muss es schmecken, das werden wir sehen, ob wir das hinkriegen. Ich freue mich, endlich wieder aktiv an so einer Präsenzveranstaltung teilnehmen zu dürfen. Klasse. Ich musste Chili probieren. Guck mal meine Tränen an. Toll. Einfach toll. So ein bisschen was umzuputzeln außerhalb der eigenen Piavette macht Spaß. Ich habe eine Tomatenschüssel gehalten. Hammer. Mega. Geil. Lecker. Wissen wir noch nicht, aber gut bestimmt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nach dem K·l. mit der, die wir dann wiederholt haben wir das immer... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Oh, ja. Ja, ja. Musik Musik